Was ist der widerstandsfähigste Parasit? Eine Idee. Eine einzige Idee des menschlichen Verstandes kann Städte entstehen lassen. Eine Idee kann die Welt verändern. Aber alle Regeln neu bestimmen. Und deshalb muss ich sie stehlen. Erschaffe niemals etwas aus deiner Erinnerung. Stell dir immer neue Orte vor. Er versteckt etwas und wir müssen herausfinden, was es ist. Wir müssen hier raus. Gib ihm einen Tritt. Das war nicht Teil des Plans! Leck mich auf! Leck mich auf! Eins sollten Sie über mich wissen. Ich bin auf eine sehr besondere Form von Security spezialisiert. Unterbewusstseins-Security. Sie sprechen von Träumen. Mr. Cobb hat einen Job anzubieten, über den er gern mit Ihnen sprechen würde. Ist das ein Praktikum oder so? Nicht so ganz. Wir erschaffen die Welt des Traumes. Wir bringen die Testperson in den Traum hinein. Und sie füllt ihn mit ihren Geheimnissen. Und Sie brechen ein und stehlen sie? Naja, ist streng genommen nicht ganz legal. Wir nennen es Inception. Ich bin soweit. Ich glaube, ich habe einen Weg zurückgefunden. Und dieser letzte Job, der bringt mich dorthin. Während man träumt, fühlt sich alles real an. Dass irgendwas merkwürdig war, erkennen wir erst, wenn wir wieder aufgewacht sind. Sie hatten die Verantwortung! Sie sind nicht darauf vorbereitet! Der Traum stutzt ein. Ich habe es unter Kontrolle. Wie sieht dann außer Kontrolle aus? Hab bloß keine Angst, von einer größeren Kanone zu träumen. Wie sieht dann aus? Das war's, würde ich halt zum Lahmланker. Wasinder Elite? Vielen Dank.